Manchmal sagen wir es so dahin, die Musik wirkt wie Medizin. Im Falle des Führerkomponisten Hauke Nissen können wir das ruhig wörtlich nehmen. Tatsächlich wird die von ihm komponierte Entspannungsmusik, für die er sich die Anregung direkt vom ruhigen Leben auf der Nordseeinsel holt, in Reha-Kliniken und in Arztpraxen eingesetzt. Zum Beispiel, um gestresste Mütter, unruhige Kinder oder überarbeitete Manager zu behandeln. Franz Lorenzen über die erstaunliche Musikerkarriere des waschechten Friesen. Worin liegt das Geheimnis dieser CD? Dass der WIKA-Allgemeinarzt Ulf Stocklaser sie schon seit drei Jahren regelmäßig in der Therapie einsetzt, bei gestressten Patienten. Ist es nur, weil Hauke Nissens Naturmedizin garantiert frei ist von Risiken und unerwünschten Nebenwirkungen? Wie wirkt so eine Musik, von der Menschen mit Burn-out-Syndrom berichten, dass sie durch seine stimmungsvollen Klänge wieder ihre leeren Batterien aufladen konnten? Vor Nachfragen aus den verschiedensten therapeutischen Bereichen kann Hauke Nissen sich derzeit kaum retten. Ich habe nicht gewusst, dass ich so ein Feedback mal haben würde. Also viele Leute kommen zu uns und sagen, Mensch, das hat denen sehr geholfen bei ihren nervösen Problematiken, Einschlafstörungen. Oder viele Hebammen arbeiten mit meiner Musik bei Geburtsvorbereitungskursen. Oder bei Geburten sogar wird sie eingesetzt. Das Geheimnis seiner Musik, sagt er, liegt in der Natur selbst verborgen. Aus ihr schöpft er die Inspiration. Sein Rezept, die schönsten Bilder der Insel in Erinnerung speichern und sie dann mit einfachsten Mitteln vertunen. Kein Gesang, nur Blockflöte, Keyboard, Originalförer, Meeresrauschen. Dazu ganz viel Spaß an der Musik. Also ich habe schon Glücksgefühle dabei, muss ich sagen. Wenn der Fluss so richtig in Gang ist, dann schmelzt sie schon manchmal richtig weg, muss ich doch sagen. Und das ist schon eine ganz, ganz große Freude und ein großes Glück. Und da bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf. 30.000 Scheiben hat er schon verkauft und das im Eigenverlag. Viele kundengestresste Großstädter. Sie erhoffen sich von den CDs Insel des Friedens oder Einklang am Meer Entspannung total für zu Hause. Es geht unter die Haut. Es ist unwahrscheinlich beruhigend, sehr inspirierend und einfach sehr schön. Und es verbindet mich eben halt hier auch mit Föhr. Wenn seine meditativen Inselklänge beim Hörer so eine Wirkung haben, diese Bilder im Kopf entstehen lassen, ist Haukenissen glücklich. Und dann gibt es immer wieder neue Eindrücke, die der Friese zum Klingen bringen kann. Genau. Vielen Dank.